Hallo Felix, hallo Ali, ich habe eine Frage und zwar wie lange brauchst du eigentlich für so eine Produktion von einer Folge von Alp Lali zum Beispiel, also mit Schneiden, Aufnehmen, ganzen Pipapo und hast du dann überhaupt noch Zeit so für andere Sachen, also machst du irgendwie noch Sport nebenbei oder? Ja, würde mich mal interessieren, ja. Und schönen Tag noch und man sieht sich. Ciao. Meine eigentliche Frage ist, magst du Blattwurz? No.